Hallo und moin moin zu einer neuen Folge der Voltus Smart Facts. Heute bin ich sehr, sehr stolz drauf, euch ein ganz besonderes Produkt vorzustellen, nämlich den BSS Heli Funk Fenstergriff. Ich lasse den Fenstergriff erstmal noch in der Verpackung drin, den packen wir gleich gemeinsam aus. Vorab zwei, drei Worte zu dem Thema des Fenstergriffs. Warum zeige ich hier einen Fenstergriff? Ganz einfach, das hier ist der erste KNX-RF Fenstergriff am Markt. Ich bin sehr, sehr froh, dass BSS mit uns relativ frühzeitig schon Kontakt aufgenommen hat und wir auch unseren Input mit reingeben konnten für dieses Produkt. Und ich muss sagen, BSS hat ein ganz, ganz tolles Produkt hier entwickelt und auf die Beine gestellt. Wie schon gesagt, KNX-RF Multi spricht der Fenstergriff. Schauen wir uns nachher noch in der Applikation an. Jetzt packen wir das Ding erstmal aus. Der Fenstergriff kommt in einem unscheinbaren Karton. Die Warenwerte liegen im Inneren. Wir haben, wenn wir es aufmachen, begrüßt uns, das ist auch mal wichtig, sage ich auch noch was dazu, ein kleiner Warenhinweis zum Produkt. Aber ansonsten haben wir hier einmal alles, was wir brauchen, um den Fenstergriff in Betrieb zu nehmen. Wir haben, wie soll es anders sein, den Fenstergriff an sich. Wir haben die Batterie, denn das Gerät arbeitet nicht wie der Notion Fenstergriff mit Energy Harvesting, sondern mit einer Batterie. Wir haben die Abdeckung für das Batteriefach. Und wir haben neben dem Werkzeug, um das Batteriefach zu schließen, auch noch Schrauben zur Befestigung am Fensterrahmen und einen kleinen Magnet mit im Lieferumfang. Holen wir jetzt mal den Griff aus der Verpackung raus. Was direkt auffällt, der Griff ist relativ groß. Wenn man ihn zum ersten Mal sieht, denkt man so, boah, das ist schon ganz schön viel Griff für das, was es ist. Aber er muss wirklich so groß sein. Wir haben hier so viele Sensoren drin, so viele mechanische Komponenten, die müssen irgendwo rein. Von daher, er wirkt im ersten Moment verhältnismäßig groß, aber ist er erst mal montiert, fällt es eigentlich gar nicht mehr auf. Wenn man sich den Griff anschaut, wir haben hier den Bolzen, der federgelagert ist, dass er auch dann bei Fenstern reinpasst, die vielleicht nicht so einen tiefen Einschub für den Bolzen haben. Wir haben hier auf der Unterseite das Batteriefach, wo wir dann die mitgelieferte Batterie einfach anschließen und reinstecken können und verstauen können. Wir haben weiterhin auf der Unterseite, ich baue es ein bisschen auseinander, die Möglichkeit, so, jetzt sieht man es, einen Glasbruchmelder oder einen Glasbruchsensor anzuschließen, der aber optional ist. Und, wenn wir gerade auf der Unterseite sind, das erklärt auch den Warnhinweis, der mit dabei liegt. Der Fenstergriff an sich ist standardmäßig ausgestattet, um ein Fenster, was nach rechts aufgeht, zu bedienen. Sollte ich den Fenstergriff auf eine andere Art von Fenster montieren wollen, muss ich hier hinten auf der Rückseite was umbauen. Das ist aber dort auf der Bedingungsanleitung gut beschrieben. Was hat der Griff ansonsten für Besonderheiten? Er hat die Besonderheit, dass er sich verriegeln kann oder sich verriegeln lässt. Das heißt, man kennt es ja vielleicht von der analogen Technik, dort gab es diesen kleinen Schlüssel, damit konnte man verhindern, dass ein Fenstergriff zu drehen ist. Das kann ich hier per Befehl machen, beziehungsweise der Griff macht es von sich aus alleine. Zudem, und das ist dann auch die Möglichkeit, diesen Griff zu entriegeln, hat er hier im unteren Bereich des Griffes einen Touchsensor, dass der Griff sich erst dann drehen lässt, wenn ich auch die Hand wirklich dran habe. Ihr merkt, der Sensor an sich hat schon gewisse Besonderheiten mit dran, die aber absolut Sinn machen. Denn dieses Gerät, dieser Fenstergriff vom BSS, kommt nicht von einem Hersteller, der nur Fenstergriffe baut, sondern von einem Hersteller mit einer hohen Kompetenz in dem Bereich der Alarm- und Sicherheitstechnik. So gibt sich BSS auch nicht damit zufrieden, dass der Griff einfach nur eine Öffnungserkennung über die Griffstellung hat, so wie es andere Hersteller machen, sondern, und das ist der Grund, wieso ich auch noch einen Magneten mit dabei habe, der Fenstergriff assoziiert aufgrund der Griffstellung und ob der Magnetkontakt in der Nähe des Griffes ist, ob das Fenster auf, zu, gekippt oder komplett geöffnet ist. Das klingt erstmal ein bisschen komplizierter, mag es auch wirklich sein bei der Inbetriebnahme, aber im Grunde genommen ist es die perfekte Möglichkeit, um wirklich zu schauen, ist das Fenster aufgekippt oder versucht jemand gerade einzubrechen und hebelt gerade am Fenster. Von daher wirklich extrem toll konstruiert. Großes Lob an das Team von BSS an dieser Stelle. Die weiteren Informationen zu der Applikation, wie gehabt, die schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Beim Öffnen der Applikation in der ETS begrüßt uns natürlich erstmal das Thema KNX Secure. Hier ein paar Informationen zur ganzen Thematik. Die sind mittlerweile ja schon weitestgehend bekannt. Auf der nächsten Kachel oder nächsten Reiter haben wir die Informationen zu dem Touch-Taster. Wie ja schon gesagt, ich habe an dem Griff einen kapazitiven Tastsensor. Wenn ich also mit der Hand drangehe, dann kann ich eine Aktion ausführen. Und hier in dem Fall kann ich dann sagen, in welchem Zeitraum soll das passieren, beziehungsweise soll sie aktiv oder inaktiv sein. Was ganz interessant ist bei der ganzen Applikation, es wurde mit der sogenannten Kontexthilfe gearbeitet. Das heißt, ich habe eigentlich zu jedem Parameterpunkt in der Applikation auch einen Hinweis, sodass man nicht unbedingt die Bedingungsanleitung lesen muss, sondern dass ein aufmerksames Lesen der Kontexthilfe auf jeden Fall schon sehr hilfreich sein kann. Beim Glasbruchmelder habe ich entsprechend auch Möglichkeiten, das einzustellen oder ihn generell ein- oder auszuschalten. Denn der Glasbruchmelder ist ja nicht verpflichtend einzusetzen, macht aber schon Sinn. Die Diagnosefunktion oder Diagnosemeldungen, Stand heute, ist nur der Heartbeat enthalten. Heartbeat, für alle, die es noch nicht kannten, ist also die Überwachung, ob der Sensor noch im Netzwerk vorhanden ist, ob er noch erreichbar ist. Also sprich, der Sensor oder der Handgriff, in dem er in dem Moment sendet, regelmäßig ein Signal, was dann dazu führt, dass es überwachen kann, ob er noch da ist oder nicht. Bei der Temperaturerkennung habe ich auch hier verschiedene Einstellmöglichkeiten grundsätzlich, ob die Erkennung da sein soll oder nicht. Ich habe verschiedene Abtastzeiten. Das heißt, ich kann also sagen, in welchem Rhythmus sollen diese Temperaturen gesendet werden. Hier sei natürlich der Hinweis am Rande, dass je häufiger oder je intensiver ist die Abfrage sämtlicher Funksignale von einem solchen Senderabfrage, desto mehr geht das auf die Batterielebensdauer und entsprechend kürzer wird sie sein. Zu guter Letzt haben wir noch Hinweise, wie die verschiedenen Statis aussehen. Der Fenstergriff hat nicht nur auf- oder geschlossen oder gekippt, sondern mit der Kombination durch den Read-Kontakt haben wir viel, viel mehr Funktionen, als wie es in einem normalen In-Notion-Griff möglich wäre. Bei den Kommunikationsobjekten sehen wir jetzt auch, dass eine Vielzahl an Möglichkeiten da ist. Viel, viel mehr, als es beim konventionellen Griff möglich wäre. Oder auch selbst beim Read-Kontakt hätte ich gar nicht so viele Funktionen, wie es hier in dem Fall ist. Also alles in allem ein wirklich starkes Produkt. Ob man alle Funktionen braucht, sei dahingestellt. Aber in der Regel gilt ja eh das alte Sprichwort, haben ist besser als brauchen. Wie ihr seht, die Applikation wirkt sehr, sehr modern, sehr aufgeräumt. Sie entspricht auch der aktuellsten Art und Weise, wie man heutzutage eine Applikation erstellt. Die Funktionen des Griffes sind um ein Vielfaches größer als die Funktion, die ein konventioneller In-Notion-Fenstergriff zur Verfügung stellt. Von daher bietet der Griff auf jeden Fall die Möglichkeiten, mal weiter zu denken und auch mal größer zu denken. Das ist echt eine tolle Geschichte. Den Griff gibt es erstmal nur in Weiß. Wir schauen jetzt auch mal gemeinsam mit BSS, wie sich das alles entwickelt und welche Farben vielleicht irgendwann noch möglich sind. Jetzt gibt es ihn erstmal nur in Weiß. Wenn ihr Interesse habt zu sehen, wie der Griff eingebaut wird, hinterlasst gerne mal unten eure Kommentare, sodass wir daraus auch ein smart gemacht Video machen können. Und ansonsten, wie gehabt, wenn ihr Fragen habt zu diesem Fenstergriff, zum KNX-RF insgesamt, wie gehabt. Kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.